Oh, da fällt mir ein, wenn du es wissen möchtest, es geht dahin! Wer bitte? Das weiße Kaninchen. Das ist? Das ist was? Dahin gegangen? Wer? Das weiße Kaninchen. Was für ein Kaninchen? Weißt du von uns hier, ihr seid verrückt? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Und ihr gebt mir ein tolles Feedback und ein Thumbs up, das würde mich megamäßig freuen und ihr würdet mich somit unterstützen. Und das Ganze hier ist ein Colip mit der Bella von Caterpillar Raleigh und sie hat eben diesen Look auch geschminkt. Ich hoffe, es gefällt euch. Schaut mal bei ihr vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.